Heike Schiller, ich bringe manchmal sehr vorsichtig nur Beispiele aus dem Tierreich. ...rechtlichen Sendungen so auslassen, in dieser Weise nachmachen. Auf Wiedersehen. Oh, ich möchte ja nicht weiterbleiben. Nein, Herr Wedlitz, bleiben Sie doch klar. Nein, ich finde einfach, das ist einfach taktlos, gespaktlos. Herr Wedlitz, versuchen Sie. Ich weiß leider über Sie nichts, weil über Sie keine Yellow-Brett-Schreihe. Ach, Herr Wedl. Auf Wiedersehen. Das tut mir jetzt leid. Herr Wedl. Ich lasse mich doch nicht hier dumm anpissen. Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht dumm anpissen. Ich wollte einfach, Sie haben nur ein Beispiel. Wenn Sie wollen auf das Niveau der Öffentlich-Rechtlichen hinweisen, dann hätten Sie jetzt als Moderator eingreifen müssen. Sie waren schneller, Herr Wedl. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt. Okay. Okay. Also, Gruß zu Hause.